Was sind Ihre besten Mitarbeiter? Herzlich Willkommen auf unserer Expertise-Seite SAP Talent Management. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wer sind Ihre besten Mitarbeiter? Oder wo liegen die größten Entwicklungspotenziale in Ihrem Unternehmen? Genau um solche Fragen zu beantworten, wurde der Bereich Talent Management im SAP HA aufgenommen. Und dieser wickelt auch die Prozesse ab, wo diese Fragen geklärt werden. Wenn man Talent Management eingliedern möchte, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man angehen möchte. Auf dieser Expertise-Seite möchten wir Ihnen einen Einblick darüber geben, wie SAP in ihrer On-Premise-Version Talent Management abgebildet hat und welche Möglichkeiten es einem Unternehmen gibt, um mit ihren Talenten umzugehen und diese gesondert zu fördern. Dabei ist natürlich ganz wichtig, dass wir im Talent Management auch die Qualifikation berücksichtigen, die jeder einzelne Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen für eine bestimmte Aufgabe, die er einnimmt, hat. Zusätzlich dazu das Beurteilungswesen. Wenn die Leute nach Ihren Qualifikationen, so wie sie vorgegeben worden sind, beurteilt werden und man sich ansieht, welche Thematiken wie passen und wo Potenziale entstehen, um Verbesserungen für den Mitarbeiter zu gewinnen. Vielleicht nutzen Sie in Ihrem Unternehmen auch noch gar kein Qualifikationsmanagement, aber gerade das Qualifikationsmanagement ist im Talent Management ein essentieller Bestandteil und nötig, um qualifizierte Beurteilungen vorzunehmen in Ihrem Unternehmen. Ein Qualifikationsmanagement selber, wie sieht das aus, wenn Sie es einsetzen möchten? Es werden Rollenprofile definiert, welche Rollen in Ihrem Unternehmen vorhanden sind und diesen einzelnen Rollen werden Qualifikationen und Skills zugewiesen, die dann beschreiben, wie eine Rolle ausgeprägt sein muss, um eine bestimmte Aufgabe auszufüllen. Das Ganze wird dann immer neben den Mitarbeiter gelegt und der Mitarbeiter hat so mit der Rolle tatsächlich den Weg vor sich liegen, den er beschreiten kann, um die Position, die er im Unternehmen hat, ideal auszufüllen. Das Ganze wird dann immer wieder controlled über das Beurteilungswesen, welches dann in jährlichen oder halbjährlichen Feedbackrunden in der Regel angewendet wird, um die Qualifikation abzumessen und die nächsten Schritte einzuplanen. Und nun kommt das Talent Management, wenn ich mir die großen Talente des Unternehmens aussuchen möchte oder die Potenzialträger, die halt noch sehr groß wachsen können im Unternehmen, wenn ich die herausfiltern möchte, da kommt nun das Talent Management zur Verfügung. Das greift nämlich auf den Beurteilungsstand zurück. Also wie sind die Einzelnen, wie wurden die Leute beurteilt von ihren Vorgesetzten, von ihren Kollegen, je nachdem welches Beurteilungsschema sie haben. Und gerade dann in dem Hinblick werden Reviews gebildet. In den Reviews sieht man häufig dann Matrizen, die dann halt zeigen, welcher Mitarbeiter wo steht, welcher ist gerade an der Grenze seiner Förderung, welcher benötigt noch Förderung. Und in diesen Reviews werden dann die Top-Talente identifiziert und die Potenzialträger und dann werden auch Maßnahmen festgelegt für diese einzelnen Komponenten. Das ist ein Grundbestandteil des Talent Management und auch diese Grundmaßnahmen werden abgebildet in SAP On-Premise. Mit dieser Expertise-Seite möchte ich Ihnen ein besseres Verständnis zu den Talent Management Prozessen und wie diese in SAP On-Premise abgebildet werden, vermitteln. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß auf unserer Expertise-Seite zu SAP Talent Management.